Hallo und herzlich willkommen zurück zu Mass Effect Andromeda. So, wir sind auf Onaon, beziehungsweise im Onaon-System und waren auf Aya. Ich bin bei 53% wahrscheinlich viel. Boah. Ist nicht viel, muss ich ganz ehrlich sagen, ist nicht viel. So, bin ich jetzt, ja. Bin ich. Hm, 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 hm. Pesios, das Notsignal von Protromos wird ständig wiederholt. Wir müssen uns das näher ansehen. Alles klar. So, alles klar. Das heißt, auf geht's nach Eos mal wieder. Ich weiß nicht, ob das schon eine Loyalitätsmission ist oder einfach nur erstmal so eine Mission für ihn. Die so ein bisschen darauf vorbereitet auf diese Mission. Das könnte natürlich auch sein. Wir werden sehen. Wir landen erstmal. Und dann schauen wir mal. Ich werde ihn auch direkt mit... Natürlich. Natürlich werde ich ihn mitnehmen. Ist klar. Ähm... Ich nehme mich nicht mit. Ich nehme... Jorn mit. Ich finde es ein bisschen doof, dass ich nicht sehe, was die für Fähigkeiten haben. Aber entweder nehme ich jetzt Vetra mit. Details anzeigen. Wow. Das ist ja krass. Energiepanzer, Betäubung, Schuss, Turbolader. Erinnert sie denn nämlich Vetra mit? Ja, komm. Ich nehme mal Vetra mit. Die nehme ich auch nicht so oft mit deswegen. Schon ganz... Kann man machen, ne? Kann man machen. So. Es ist ein weiteres Team fertig mit seiner Mission. Habe ich gerade in meinem Handy bekommen. Ah. Voll krasse Technik und so. So. Zack. Auf dem Boden der Tatsachen gelandet. Schwupps. Und da sind wir. In Podromos. So. Wo müssen wir jetzt hin? Irgendwo dahin. Okay. Der Bradley. Ich muss mit Bradley... In der komme ich gar nicht rüber. Scheiße. So. Bradley. Wo bist du? Da ist der alte Haugegen. Schauen wir mal. Danke fürs Kommen. Ich wusste, sie würden bereit sein. Ich brauche Antworten. Sie sagten, Feinde würden sich nähern. Es gab Überfälle. Wir hatten wegen unserer vielen wissenschaftlichen Geräte mit Piraten gerechnet. Aber nicht mit sowas. Vier, fünf. Ich wiederhole. Lager fertig. Warte auf Sender. Start bei Ortung. Ich wiederhole. Eins, zwei, drei. Was höre ich da, Bradley? Ich habe folgende Sorge. Vielleicht waren die Überfälle auf uns nur ein Ablenkungsmanöver, damit jemand im Schwarzwels langsam taktisch aufrüsten kann. Taktisch? Sie meinen militärisch? Nein, das war eine angaranische Stimme. Er meint Rokar. Deshalb hat er uns gerufen. Ein Angriff auf unseren ersten Außenposten? Können Sie sich vorstellen, wie die Nexus darauf reagieren würde? Diese Reaktion wäre genau das, was Axel will. Eos hat genug durchgemacht. Wir werden der Sache ein Ende machen. Was es auch ist. Das wusste ich. Ich hoffe, dass ich mich irre, Pathfinder. Ich wollte diese Denkweise eigentlich nicht mit nach Andromeda bringen. Brechen Sie zum Schwarzfeldstand auf. Ich sende Ihnen den NAV-Punkt für das Signal. Alles klar. Wo muss ich hin? Da hinten. Da habe ich zum Glück in der Nähe schon was Passendes vorbereitet. Glücklicherweise war ich hier schon überall. Das kommt mir jetzt zugute, muss ich sagen. Und dann schauen wir uns das mal an. Das ist definitiv ein Rokar-Signal. Verstanden. Wir halten die Augen auf. Na dann. Wollen wir mal gucken. Alter, was ist denn? Die sind fliegen los heutzutage. Ohne Witz, ne? Die sind ja vor... Die bleiben einfach chillig liegen. Wenn ich vor der rumwehe, was ist denn los? Oh, warte, 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 warte. Sie können mit Ihrem Abbauinterface Mineralien extrahieren. Hä? Das ist immer gar nicht mehr angezeigt. Aber das wird ja hier wohl sein, ne? Bradley hatte recht. Ach, gut zu wissen am Arsch. Das ist ja nicht das erste Mal, dass wir gegen die kämpfen. Ah, hier. Oh, fuck. Ich wollte das hier machen. Uh. Der ist tot. So, wo sind denn hier noch welche? Was macht sie denn da? Für komische Akrobatiken. Nein. Oh. So, warte. Hier, direkt zwei aufeinander. Da kommt sogar noch ein dritter hin. Mal sehen. Komm. So, oh Gott. Was habe ich denn eigentlich bei? Was ist das? Erhöhte Lebenserhaltung? Nee. Mit Waffen, sämtliche Kräfte. Ja, das brauche ich nicht. Alles gut. So, ich meine gut. Was erwartet der, wenn man uns angreift? Dann werden wir uns natürlich versuchen zu verteidigen, ne? Ist ja klar. Ja, ich mache ihm heute leider nicht genug Damage. Das ist das Problem. Alter, der kriegt auch einfach immer wieder neuen Scheiß, ne? Fuck, ey. Ich muss sagen, der steht hier irgendwie echt ein bisschen kacke. Ja, 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 ja. Toll. Ah doch, hat funktioniert. Ich dachte nicht, dass das funktioniert. Wann mal. Hat es doch. Ah, guck mal, jetzt wollen sie mich flankieren. Hey, 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 du kleiner Sack. Was soll denn das, ja? Geht aber wohl gar nicht klar. Wo denn? Ich weiß halt nicht, wo, das ist das Problem. Ich gehe mal ein bisschen näher ran. Scheiße. So. Richtig nice ausgeliehen. War auch richtig nice daneben geschossen. Richtig nice. So, jetzt ist er auf jeden Fall tot. So, zack. Mann. So. Uh, yeah. Ja. Wo ist denn der? Hä? Der ist weg. Ah, der ist weggezaubert. Hier. So, einen haben wir irgendwo noch. Oder? Nee. Doch. Ja, nee. Doch. Hm. So, wo ist denn, die eine ist hier noch. Ach, da hinten. So, alles klar. Alle ausgeschaltet? Alle ausgeschaltet. Und wir haben immer noch Bradleys Signal. Gut. Dann sehen wir mal nach, was sie beschützt haben. Okay. Das macht mir Sorgen. Die Rokar sind keine Piraten. Wahrscheinlich das hier, oder? Oder das hier. Dieses Signal kann Landungsschiffe zu einer präzisen Position rufen. Das ist eine Strategie der Rokar. Der Späher platziert den Sender mitten in Prodromos. Und sagt Axel damit exakt, wo er zuschlagen muss. Bradley? Schwarzfels war ein Rokar-Spähtrupp mit einem Zielsuchsender. Scheiße. Zum Glück haben sie dem ein Ende bereitet. Ich gehe nicht weg. Das hier ist mein Haus. Ich bin nicht sicher, was sie da verlangen, Partweiler. Wir können nicht unseren ersten Außenposten aufs Spiel setzen. Das ist der dritte. Ich sterbe gleich. Ich sterbe gleich. Okay, ich muss das... Ich bin tot. Es ist so dumm. Es ist so zum Kotzen. Warum kann ich angegriffen werden, wenn ich rede? Ganz ehrlich. Da müssen die doch mal nachdenken. Das ist so dumm. Weißt du, du... Ich... Boah, ich bin in einer Unterhaltung. Und da greift mich so ein Pissvieh an. Und was machen meine Leute? Nix. Die chillen einfach um. Die denken so, ach ja, Mensch. Ist ja toll. Okay. Geh weg, ey. Ja, ja, ich weiß. So, weiter, 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 weiter. So, ab hier. Wenn Sie einen Außenposten angreifen wollen, benutzen wir Ihren Sender und geben Ihnen einen. Und dann bringen wir die Sache zu Ende. Das COM-System in Anlage 2 ist noch intakt. Von dort könnten Sie senden. Haben das alle mitgekriegt? Rokar will Koms-Party in Anlage 2. Mal sehen, wie ihr hiermit zurechtkommt. Ist wahrscheinlich jetzt nicht ganz so geil, wenn man sagt, okay, mit den Rokar könnte man vielleicht. Aber ich meine, hey. Wir sind ja auch irgendwo... Muss man halt auch einfach ganz ehrlich sagen, selbst schuld. Was greifen die uns an, ne? Ist halt so. Auch wenn ich befürchte, jetzt sind... Dann sind damit natürlich alle... Ähm... Sachen erledigt. Aber was willst du denn diplomatisch da jetzt noch lösen? Wobei, ich hab mir auch immer zwei... Ich hab mir nicht immer beides angeguckt. Ich glaub aber, die andere war jetzt auch nicht viel besser, weil man... Ich weiß nicht, ob du das besser lösen kannst. Ne? Und ich meine, es ist ja klar, wenn die uns angreifen, werden wir uns wehren. Das ist normal. Ne, ich fahr da lieber hin. Ist mir zu weit. Es ist ja wohl verständlich, dass man sich wehrt, wenn man angegriffen wird. Das hat ja nichts damit zu tun, dass man ist wie die Cat oder so. Naja. Ich meine, vielleicht kann man da ja trotzdem irgendwas machen. Ich muss sie ja nicht... Ich will sie ja nicht töten. Ja, aber wenn die uns angreifen, ist das doch kacke. Ich meine, was soll das? Sam, hast du eine Position für diesen Roller? Rollcar-Sender. Ja, Pathfinder. Das Kommunikationssystem von Anlage 2. Okay. Dann wollen wir Axel nicht warten lassen. So, dann hau ich dem jetzt auf die Fresse und ist der tot. Wobei das ja mein Worten eigentlich auch widerspricht. Ja. Aber die Gebäude stehen noch. Das sollte uns eine Lehre sein. Navpunkt zum Hochladen von Rollcar-Signal markiert. Wenn Sie den Knopf drücken, führt Sie das direkt zu uns. Wir kennen diesen Ort. Sie nicht. Naja. Sie dürfen ihn nicht kriegen. Nix zu bedeuten. Beginne mit Upload des Rollcar-Signals. Kommen Sie in unsere Richtung? Die Rollcar haben ihren Kurs geändert. Jetzt wäre ein guter Zeitpunkt, um in Deckung zu gehen. Das ist die Frage, wo kommen die denn her? Mensch. Ich habe Ihnen gesagt, Sie würden es früh genug herausfinden. Der Sender ist aktiv. Sie konnten unsere Sperren nicht aufhalten. Sie haben es uns abgekauft. Wir warten, bis Sie am Boden sind. Darauf kann ich warten. Gegner vor uns! Wow, es hat ein einzigen getroffen. Das ist natürlich doof. Ich kann von ihr überhaupt nichts machen. Ich muss runter. Scheiße. Scheiße. So. Okay, der Rest müsste eigentlich reichen. Scheiße. What? Ist da schon einer hier? Das hältst du. Ja, Moment. Ich muss mal ganz kurz hier... So. Nachladen. Mann, hör auf, dich zu bewegen, du Sack. So. So. Okay. So. Müssen wir mal ein neues Leben irgendwie besorgen. Ist ja cool. Hä? Hä? Lächerlich. Hi. Mann, Mann, Mann. Diese alten Anschleichers, ne? Unglaublich. Ah, fuck. Warte. So. Habe ich den getroffen? Ach, der ist tot. Boah, wie viele sind denn da noch? Holy crap. Holy crap. Scheiße. War blöd. Meine Güte, ey. Hatten wir schon was aus? Das Blöde ist, ich kann John halt auch nicht retten, ne? Ich kann eigentlich so wirklich viel machen, für ihn. Ich liebe diesen Trupp. Ich habe auch nicht mehr so viel Muni. Shit. Ah. So. So, du bist tot. Das war doch nicht dein Leben, ey. Oh, Arsch. So, du bist auch down. Oh Gott. Oh, scheiße. So. What? Alles klar. Warum nicht? Ich kann ihn nicht treffen. Das ist ja voll doof. Oh. Ne, der kommt bestimmt gleich nochmal hoch. Oder? Komm schon. Na, sie haben halt noch nicht mehr so viele Leute, ne? Ist auch ganz gut so. So, habe ich ihn getroffen? Yes. Habe ich. Okay, wir haben also ein paar, sind noch da. What? Wo ist denn der da? Ist da, irgendwo auf dem Dach, ne? Okay. Ja, jetzt muss ich jetzt ab und zu... Warte mal, ich könnte den hier versuchen. Oh, geht doch. Ja, ohne Muni ist natürlich kacke jetzt. Aber wird schon. Ich müsste ja auch irgendwo eigentlich Munition haben, ne? Theoretisch. Hä, wo ist denn Munition? Hier muss doch Munition irgendwo rum... Also... Ja. Eigentlich schon. Komisch. Fuck. So. Okay. Wir haben noch einen. Wir haben es begriffen. Wo gehen sie hin? Das kann ich Ihnen sagen. Anlage 1. Wir haben das Energierelais überlastet, um sie anzulocken. Das wird Axol überhaupt nicht gefallen. Versprechen? Wir kommen. So, wenigstens Muni holen. Leben wäre natürlich auch cool, aber... Naja. So, Schnellreise dahin machen. Dann geht es direkt weiter mit dem nächsten Fight gegen die Roka. Roka. Angara. Scheiße. Scheiße. Klingt, als würden Sie Ihre Unterstandsutze verlieren. Oh, 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 oh. Huiuiuiuiuiuiuiui. Das macht ja Spaß. Was denn da? Ah. Keine Ahnung, was das hat... Was mir das jetzt sagen sollte. Irgendwas Interessantes wahrscheinlich. Ich verstehe das nur nicht. Warte. Scheiße. Wo haben die denn das Ding her? Mann, hör auf damit. Kleine Uhr, ne? So. So, der ist down. Naja, das Problem ist... Ich muss die ja alle töten, ne? Auch wenn ich gar nicht will. Ich werde nicht gefragt. Ich sehe gesetzlose. Oh, shit. Boah, sehe ich auch so zwei, drei, ne? Scheiße. Das ist immer ärgerlich. Vor allem, das sind immer die kleinen Huren. Und ihrem blöden Kack... Dingsbums da, weißt du? Ja, ja, das mache ich gleich kaputt. Alter. Alter. So. Da sind immer noch zwei Stück. Ich muss mal... Hier irgendwie weg. Ich muss den anderen... Ich muss erst den normalen Angaren, den kleinen, aber der geht mir im Zweifel am meisten auf den Sack, ne? Da. So. Jetzt bist du dran. Jetzt bist du dran. Das macht gar keinen Schaden. Ist ja doof. Das macht auch gar nicht so viel Damage, ne? Obwohl es müsste eigentlich. Aber gut. Na, was soll ich sonst machen? Ich habe halt nicht so viel, was ich jetzt noch machen kann, ne? So, wir gehen mal hier in Deckung. Ja, wenn ich jetzt treffen würde, wäre es natürlich richtig nice. Okay. Ich werde das nicht vergessen. Wir sind noch nicht fertig miteinander. Für... Heute schon. Und beim nächsten Mal werden wir vorbereitet sein. Kommen Sie nach Prodrom aus Pathfinder. Wir schulden Ihnen was. Mal wieder. Der ist doch selbst schuld. Dort greift der uns an. Ich meine... Hä? Ich frage mich gerade, was... Also, was hat er erwartet? Ja? Ich... Also, wir haben ihm ja gesagt... Ja, wir sind anders als die Cat. Wir sind auch anders als die anderen Menschen auf... 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 Was hat er denn jetzt erwartet, was wir tun? Nichts? Also, tut mir leid. Ne? Natürlich machen wir irgendwas. Ist doch klar, dass wir uns da wehren. Er ist schon ein komischer Dude, ne? Muss ich halt einfach mal so sagen. Aber wir haben es geschafft. Powerfinder? Der Angriff der Rokar ist vorbei. Wir wissen jetzt, worauf wir in Zukunft achten müssen. Es kann nicht immer nur an dem alten Mann mit seinen Vorahnungen hängen. Besonderer Dank gebührt unserem Freund Joel. Es ist wichtig zu zeigen, dass wir nicht alle auf verfeindeten Seiten stehen. Wir dürfen nicht davon ausgehen, dass jeder ein Feind sein könnte. Das ist kein Leben. Das haben wir auch nicht vor. Wie geht es dem Team? Sie sind ein bisschen geschockt. Und ich kann's Ihnen nicht verdenken. Vielleicht sollte ich ein paar Worte sagen? Wenn Sie wollen. Wieder und wieder haben Sie sich als kompetent erwiesen. Und auch dieses Mal war keine Ausnahme. Die Infrastruktur, die Sie errichtet. Die Fähigkeiten, die Sie entwickelt haben. Trotz Widrigkeiten bleiben Sie ein Vorbild für den Cluster. Und wann können wir weiterarbeiten? Keine Genehmigung erforderlich oder erwartet. Manchmal verlieren wir. Aber wenn Sie die Chance haben, weiterzumachen, dann ergreifen Sie sie. Heute war kein guter Tag. Aber es war ein weiterer Tag. Dank Ihnen. Ihre Leute, Ryder. Aber es war auch kein schlechter Tag. Gut. Ein Kryokapselpunkt. Jawohl. Okay, wir müssen warten, bis Axu seinen nächsten Schritt macht. Oder Zug oder whatever. Ist egal. Wir gehen nochmal ganz schnell zurück auf die Tempest. Und ich rede nochmal mit Jarl. Weil vielleicht hat er irgendwas Neues zu erzählen. Ähm. Nach dem, was hier passiert ist, wird ihn ja bestimmt beschäftigen. Und dann bin ich durch. Ja, dann bin ich erstmal durch. Oh, da habe ich auch genug wieder gespielt. Und mit dem Mass Effect der 3 schmildern. Fürs Erste. Aber das würde mich noch interessieren, ob der irgendwie was jetzt dazu zu sagen hat, was passiert ist. Pathfinder. Sie haben neue Post in Ihrem E-Mail. Ich weiß schon gar nicht mehr, ob ich dir trauen würde. Habe ich nicht. Das ist, glaube ich, das haben die automatisch einfach immer abspielen lassen. E. What the fuck? Mhm. Ja, warum nicht? Ich habe keine fucking E-Mails. Ich weiß auch gar nicht. Hier steht, ja, ihre E-Mails lesen. Okay, ich lese meine E-Mails. Gerade war keine da. Ist jetzt auf einmal eine gekommen oder was? Aha. Ryder, ich habe eine Nachricht von Axel erhalten. Ich leite sie an den Meetingraum weiter. Sie sollten sie sich ansehen. Machen wir. Trotzdem rede ich erst mal mit dir. Wir werden sie dann nochmal gucken und uns anschauen. Aber erst mal mit Jarl reden. Ich weiß nicht, wo er ist, aber wir werden ihn finden. Hier ist er nicht. Verdammt. Ach, der ist bestimmt wieder unten in der Küche. Ach, oder? Nee, ach, kack drauf. Ist egal. Wir werden uns sie angucken in den nächsten... Ja. Sie haben offene Video-Anrufe. Oder gucke ich mir die jetzt an? Ach, ich gucke sie mir jetzt an. Oder in der nächsten Folge. Ich weiß halt nicht, was das ist, ne? Das ist ja bestimmt das nächste Täter-Täter. Vermutlich. Oder? Ich gucke es mir jetzt an. Jarl, ich bin jetzt im Meetingraum. Perfektes Timing, Ryder. Dann spiele ich die Nachricht mal ab. Jarl, Jarl, Amadirav. Sie waren schon immer ein kurzsichtiger Narr. Sie helfen einem Fremden anstatt ihrem eigenen Volk. Sie sind es nicht wert, den Namen ihrer Familie zu tragen. Tut mir leid. Es war nicht meine Absicht, meine Feinde auch zu ihren zu machen. Hm, das ist nicht das erste Mal, dass er so etwas zu mir sagt. Während unserer Studienzeit ließ die Moschai uns zusammenarbeiten. Wir sind nie gut miteinander ausgekommen. Zugegeben, ich muss noch viel über die Angara lernen. Aber für mich klang das nicht, als ginge es hier nur um eine Rivalität aus Jugendzeiten. Er ist zu klug, um mich offen anzugreifen. Axul will, dass wir etwas Unüberlegtes tun. Aber diese Genugtuung werden wir ihm nicht geben. Da hat er recht. Wir werden ganz entspannt warten, bis Axul etwas tut, worauf eine Reaktion erforderlich ist. Tja, ich bedanke mich jetzt bei euch und würde sagen, bis zur nächsten Folge. Haut rein!